Die Hölle erwacht. Geben wir der Welt einen Vorgeschmack auf das, was ihr bevorsteht. Ich habe dich gesucht, Tom Ward. Das ist der Mann aus meinen Visionen. Du bist der siebte Sohn eines siebten Sohns. Unsere Städte wurden zerstört. Du kannst die Herrschaft der Finsternis beenden. Alles, was du je brauchen wirst, ist in dir, mein Sohn. Gebt gut auf ihn Acht! Das ist ein Versprechen, das ich nicht geben kann. Du lebst jetzt in einer Welt, in der Legenden und Albträume wahr sind. Das genau ist unsere Aufgabe. Wir bekämpfen die Finsternis, wo immer sie sich verbirgt. Wie bekämpft man das da? Gar nicht! Man rennt weg! Meine Macht wird größer. Meine Königin! Die Welt der Menschen wird untergehen. Wenn du eine Hexe siehst, töte sie. Weißt du, wir sind nicht alle böse. Die Dunkelheit ist in dir. Ich bin nicht wie ihr. Wir beide werden über diese Welt herrschen. Dies ist eure wichtigste Prüfung. Schließ dich uns an. Zeig mir, was du kannst! WDR mediagroup Gretel WDR mediagroup Gretel